In diesem Gebiet, in diesem Gebiet und in diesem Gebiet. Und was das Wichtigste ist, eins im Zentrum. Ja, dort brauchen wir eine Explosion. Und genau damit ködern wir sie. Das sollte sie aufschreichen. Faith, gut, dass du da bist. Das dürfte dich interessieren. Dida, sie hat den Angriff angeführt. Ja, wir wissen über sie nicht viel mehr, als dass sie ein hochrangiger Kruger-Sack-Offizier ist. Sie ist heute unser Ziel. Ich bin keine Mörderin, vergessen Sie's. Wir töten sie nicht. Wie entführen sie, um sie einzutauschen? Wir sollten es tun, Faith. So rächen wir uns. Ich? Na gut. Wie ist der Plan? Kruger-Sack wird in Kürze den Aufenthaltsort einer bestimmten gesuchten Person erfahren. Meine. Sie wird das Einsatzteam anführen und uns direkt in die Falle laufen. Du und Icarus müsst unsere Fluchtrouten sichern. Das kriegen wir hin. Tja, na gut. Solange wir nicht ernsthaft zuschlagen können, bleiben uns nur solche Aktionen. Ich glaube nicht, dass sich so je etwas ändern wird. Und ich glaube, deine Meinung ist unerheblich. Gehen wir es an. Ich habe dir, Frau Tristan, ein Upgrade für dein Mac besorgen lassen. Was liegt auf dem Tisch? Du wirst es brauchen. Und mit diesem Auftritt werden wir zurück zur Let's Play Mirror's Edge Catalyst. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, was für ein Upgrade wir hier haben. Was ist das denn? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es das Upgrade ist, damit wir Gegenstände, die uns im Weg stehen, kaputt machen können. Yep. Gut geraten. So, wir haben das ja in der letzten Aufnahme schon angesehen. Und, ähm, naja, hat es gerade gemerkt, obwohl Krugasek Noah getötet haben, ist sie trotzdem nicht dazu bereit, Mörderin zu spielen und, ähm, ebenso die Leute zu töten. Ich dachte gerade, und die war keiner runter. Das sah von hinten so aus. Das heißt, sie ist zu gutherzig, um tatsächlich irgendwelchen Menschen etwas zu leide zu tun. Sie kann sie zwar ausknocken. Was haben wir da? Dokument. Cool. Alter, aber die Dokumente sind aber auch am uneinsichtigsten. Das muss man dir schon sagen. Oh. Äh, ach so, drücke E. Ha, ich bin ja doof. Cool. Hi, Juket. Das heißt, unsere nächste Aufgabe wird es sein, ähm, dass wir dieser Frau einen Besuch abstatten. Wir haben sie ja bereits gesehen, als wir das weisungsvolle Dokument geklaut haben, gestohlen haben. Ich muss gerade über... Wie kommen wir da hin? Das schnappen wir uns auch. Und den Grid möchte ich jetzt auch gerne haben. Sehr schön. Gut. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Das musste sein. Excusez-moi, aber das muss der sein, ne? Oh, je, 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 je. Okay. Dann nehmen wir mal ein bisschen Anlauf. Und dann sollte es doch gehen. Jawohl. Und? Oh nein. Ähm. Ich bin so doof. Ich bin immer so vorschnell. Meine Güte. Ich schaue gar nicht nach, was man machen muss. Ich laufe einfach gegen die Wand. Oh, ja. Das war ein bisschen zu vorallig. So. Drücke, um das ja weg heranzuziehen. Aha. Ja. Das stand, dass ich laufen sollte. Aber okay, es liegt vermutlich daran, dass wir auch stehen geblieben sind. Ähm. Ja. Es fängt schon mal super an, dass wir einfach mal innerhalb von fünf Minuten schon zweimal gestorben sind. Ich wollte mich ja erst so hoch angeln, aber hab's ja doch sein gelassen. So. Äh. Da oben gibt's auf jeden Fall was. Was gibt's? Gibt's hier noch irgendwas? Ich bin ja immer so auf Geheimnisse und sowas aus. Miau. So. Oh Gott. Jabadabba. Du. Puh. So, ja. Also da oben wird's auf jeden Fall, ähm, den nächsten Grid geben. Oh, ich kann mal etwas aktivieren. Ach so, ich starte mit die Mission. Okay. Moment. Ähm. Bevor wir das machen, komm ich da so irgendwie hoch? Das will ich mal ganz kurz herausfinden. Theoretisch müssten wir ja irgendwie da hochkommen. Ich frag mich gerade nur. Na, das ist ja, also es ist ja, äh, das ist schierig. Weil wir machen ja damit eine 180 Grad Drehung und keine 90 Grad Drehung. Wie kommen wir da hin? Ne, so bringt's das auch nichts. Naja, egal. Lassen wir es einfach. Lassen wir es einfach. Und, äh, konzentrieren wir uns, äh, darauf. Ähm. Er hat kurz den Faden verloren. Puh. Wow. Das, äh, war knapp. Das war dezent knapp. Okay. Starten wir die Mission. Rebekah plant Krugersack durch die Entführung einer hochrangigen Offizierin einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Die Zielperson ist dieselbe Frau, die du bereits bei Elysium und später auch während des Angriffs auf das Versteck gesehen hast, bei dem Noah getötet wurde. Icarus und du seid bei der Entführung helfen, indem er die Fluchthrouten zum Versteck von Black November sichert. In dem Gebiet wurden weitere automatische Geschütze, Beobachtungsdrohnen installiert, die inzwischen aktiv sind. Hey, Icarus. Um es glaubwürdiger zu machen, dass ich mich an der Oberfläche aufhalte, inszenieren wir in diesem Bezirk ein Ablenkungsmanöver. Wenn es soweit ist, müssen unsere Fluchthrouten frei von Beobachtungsdrohnen bleiben. Wir kümmern uns dumm, Rebekah. Keine Sorge. Bleibt außerhalb des Schussfeldes der Beobachtungsdrohnen und deaktiviert direkt ihre Steuerungstörminat. Das ist die effektivste Vorgehensweise. Alles klar. Alles klar. Das sollten wir doch irgendwie hinkriegen. Miau. Ja. Bleibt bei uns. Bleibt bei uns. Ja, Moment. Und sei vorsichtig. Ist das hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Was? Wir können hier nicht hochklettern? Das ist ja Willow. Also hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und weiter da hin. Wuuh. Achso, stimmt. Jetzt komme ich hier wieder nach oben lang. Mich erinnert diese Stelle auch total an dem ersten Teil. Oh, holy. Oh, holy. Okay. Ja, das war... Wir brauchen ein bisschen mehr Anschwung. Ein bisschen mehr Anlauf. Oder auch nicht. Vielleicht müssen wir uns aber auch... Nee, warte. Ach nee, wir sind ja von hier gekommen. Genau, so. Hä, können wir nicht rein theoretisch? Vielleicht sollte ich mal einfach einen Wall-Jump machen. Ich bin ja doof. Ich bin ja doof. Ich bin ja doof. Ich bin ja doof. Wir brauchen einfach nicht aufzufeuern. Pass auf, dass du nicht in ein Schutzfeldgerät trest. Ich doch nicht. Puh. Geschafft. Alles klaro, Paparo. Gute Idee. Ich habe das Gefühl, Rebecca akzeptiert keinen Fischlack. Jagt mir Angst ein. Ich dachte, du magst sie. Nun, wir sollten aufhören, Mutmaßungen über den anderen anzustellen. Vielleicht. Und nur damit du es weißt. Ich mache das hier für Noah, nicht für sie. Ich auch. Hey, Sikoros, wie ist die Lage? Eine Drohne ist schon deaktiviert. Worauf wartet ihr denn noch? Und ich dachte immer, hey, Rana, mit schnell. Liegt ein Zahn zu... Sir, yes, sir. Ich nehme Route B, du nimmst A. Wir schlagen schnell und hart zu. Okay, das machen wir. Heute geben wir denjenigen eine Stimme, die selbst keine besitzen. Oh. Nicht tief. Ah, Moment, 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 Moment. Wo können wir hier hoch? Wir können... Ah, wir können... Nee, gar nicht. Moment. Was ist denn oben lang? Ach so. Oh, ja. Leertaste wurde nicht akzeptiert. Dann versuchen wir das nochmal. Oh, nein, 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 nein. Wow. Ach, komm schon. Irgendwann, kann man die Leertaste nutzen? Juppadabadu. Ja, so. So ist es vorhin, dich immer noch am einfachsten voranzukommen. Und raus. Und hoch. Ah, ich sehe schon das Rohr. Das Rohr. Ich sehe das Rohr. Und... zu schnappen. Oh. Zugriffsteam ist vor Ort. Icarus, Pace, redet mit mir. Wir kommen voran, Sir. Noch einmal, Sir. Und ich sorg dafür, dass du nie wieder an dir rumspielen kannst. Ja, verstanden. Sorry. Ich starte das Ablenkungsmanöver. Dann passiere Aufmerksamkeit erregnen. Alle Mann bereithalten. Höchstendlich bei der Ablenkung. Die Bade ist sauber. Sie arbeiten jetzt an Ruter Aachen. Wow. Na, das kann ja mal was werden. Oh Gott. Das ist unfassbar, wie viele unterschiedliche Gebiete es hier gibt. So. Knopf bestimmt hier hoch, oder? Ja. Oh ja. Den Wallchamp habe ich immer mit Absicht gemacht. Einfach weil ich sonst Angst habe, dass wir es nicht schaffen. Oh, warte, warte. Da war doch gerade... Oder? Ne, schade. Ich dachte erst im kurzen Moment, dass da was gewesen wäre. Nein. 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 Nein, 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 nein. Ich hätte mich einfach nur daran hängeln müssen. Abgrätsinne von Black November Infos machen es leichter, unterschiedliche Gegnertypen auszuschalten. Wow, Krugers Eggman ist echt ernst. Oh, im Karton. Ja? Kommst du? Faith, kommst du hoch? Hallo? Faith? Kommst du? Faith möchte nicht hochkommen. Faith hat Angst. What the fuck? Ah, jetzt geht's. Ah, schön. Oh Gott, jetzt haben wir voll den Anlauf verloren. Das gefällt mir aber nicht. Was ist da? Ach so, da kann man nicht rein. Schade. Ich bin so ein richtiger Secret-Searcher. Okay. 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 Ach so, verdammt. Moment. Ich muss Anlauf nehmen. Oh, ich muss auch keinen Anlauf nehmen. Okay, jetzt können wir gleich wieder beschossen werden. Du musst schnell sein. Dann können sie dich mit angreifen. Laufeld. Du schaffst das. Ich halte ab jeden Moment zu. Ich will, dass beide Hufen gesichert sind. Verstanden? Hey, sie geben ihr unser Bestes. Ich will nicht euer Bestes. Ich will, dass es erledigt wird. Meine Güte. Was ist hier denn so karstig? Bernadette. Bernadette, sichert die linke Flanke. Bernadette. Bernadette. Ich weiß nicht. Wir sind unsere Bundeskern.